Darmstadt verspielt drei wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg und Arminia Bielefeld fühlt sich quasi wie der Sieger mit dem Punktgewinn. Waren zu Gast in Darmstadt. Darmstadt war in meinen Augen die deutlich bessere Mannschaft, hat mehr getan, hat besser gespielt. Bielefeld, wie man in der Schule sagen würde, stets bemüht, aber hatten keine Chance gegen Darmstadt. Vor allem in der Anfangsphase sind sie auch früh in Rückstand geraten. Und Brayden, Manu in der achten Minute zum verdienten 1 zu 0 für Darmstadt. Bloß das Problem, weil Darmstadt hätte 2 oder 3 zu 0 führen können, vielleicht sogar müssen. Und das Spiel war halt offen und es war bis zum Schluss offen. Und man kennt ja das Sprichwort, wenn man seine Chance nicht nutzt, dann, naja, ihr wisst ja was ich meine. Arminia Bielefeld, glaube ich, hatte man schon abgeschrieben, vor allem was den Punktgewinn noch angeht. Doch Robin Hack hatte was dagegen zu setzen. 90 plus 4, Ausgleich und wirklich der Last-Second-Treffer, nicht Minute, sondern Second-Treffer. Denn kurz darauf war nämlich Schluss. Und für Darmstadt ist es sehr, sehr bitter, weil man zwei wichtige Punkte verliert. Und die Frage ist halt, werden die am Ende entscheidend sein? Und für Bielefeld ist es ein Punkt, den sie, glaube ich, auf jeden Fall mitnehmen, vor allem nach der Leistung. Und ja, Bielefeld immer noch in so einer kleinen Krise, aber ich hoffe, dass sie die schnell überwinden. Ja, und immerhin ist ein Punkt rausgesprungen. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare, Daumen noch unterlassen, Abonnenten nicht vergessen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.